Willkommen bei Decathlon Willkommen bei Decathlon Willkommen bei Decathlon Zuständig für den Rennradbereich Ich bin Rennradexperte quasi Und ja, das ist quasi so mein täglich Brot, was ich so mache Also wir haben ja die zwei Räder Des 500 und des 250 Wie man vielleicht sieht Die Rahmengeometrie hat sich bei uns geändert Wir haben bisher immer die klassische Rahmengeometrie, sage ich mal, gehabt Die quasi vom Oberrohr komplett runter geht Die Räder sind ein bisschen umgebaut Neue Rahmengeometrie vor allem wichtig für die Leute, die wirklich auf Komfort aus sind. Das ist ein absolut komfortables Rad. Die ganze Geometrie ist darauf aufgebaut. Und man hat quasi das Einsteigermodell hier für 6,49,99 Euro. Mit Scheibenbremsen, mit einer Sora-Schaltgruppe von Shimano. Und die Räder sind einfach für die Leute, die wirklich nicht auf den, sage ich mal, Wettkampf aussehen als Rennradfahrer, vielleicht in den Rennradbereich einsteigen wollen. Oder ein bisschen ambitionierter sein wollen. Bedeutet, man kann sowohl 6 bis 10 Kilometer zur Arbeit pendeln, man kann damit aber auch 600 Kilometer auf einer Mehrtagestour machen. Das ist quasi für jeden, der wirklich ein bisschen ambitionierter auch ist. Natürlich, wir haben jetzt hier quasi 28er Reifen drauf von der Breite. Das nimmt quasi Geschwindigkeit, aber bringt halt Komfort. Wenn man jetzt sagt, man möchte einfach bei RTFs mitfahren, bei so Rundfahrten, man möchte auch mal am Wochenende mit der Familie eine Ausfahrt machen. Und das vielleicht jetzt nicht nur 10 Kilometer, ist das super dafür geeignet. Und gerade, wenn man, sage ich mal, nicht in diesem Rennradbereich mit drin ist, dass man sagt, okay, man hat diese sehr sportliche Haltung, wo relativ schnell auch ein bisschen Schmerzen ins Genick kommen, dann ist das halt super von der Geometrie, weil man etwas aufrechter sitzt, aber genauso mit dem Unterlenker halt wirklich sportlich unterwegs sein kann. Und das halt über einen längeren Zeitraum. Ihr habt Rockstar TV geguckt von Florian Petzold. Super Typ, hat super Spaß gemacht, dass er da war. Ich bedanke mich auch nochmal recht herzlich. Ja, vielleicht seht ihr ja das nächste Mal auch mit dem Triwarn zusammen. Also ich freue mich. Vielen Dank nochmal, dass du da warst. Gerne doch. Ja, ich freue mich. Ich freue mich.